Bei mir geht es heute um das Kamerarix-System Cinema Mount für Smartphones, mit dem man aus seiner Handykamera noch einiges mehr aus Fotos und Videos rausholen kann. Das Cinema Mount, welches mir freundlicherweise von FotoMorgan für diesen Test zur Verfügung gestellt worden ist, kommt in dieser unscheinbaren Pappschachtel. Nach dem Öffnen stößt man dann zuerst auf eine kurze Anleitung, einen Filterhalter, ein Weitwinkelobjektiv und ein Makroobjektiv, das Kamerarix selber, eine Art Blitzschutzubehörhalter und zwei Verlaufsfilter. Die Verarbeitung des Rigs ist sehr gut. Vorne ein Holzgriff und hinten die notwendigen Stellen mit Gummi, damit das Smartphone nicht verkratzt. Sogar eine kleine Wasserwaage ist hier eingebaut. Außerdem gibt es auf der Unterseite ein Stativgewinde. Ich wollte als erstes einmal das Weitwinkelobjektiv testen und dazu schraubt man einfach die Linsen in das Gewinde des Cinema Mounts. Jetzt muss man auf der Rückseite noch ein Smartphone einsetzen. Der Halter hierfür ist universal und eignet sich daher für viele gängige Mobiltelefone. Sollte die Kamera jetzt nicht direkt über der Linse liegen, kann man anhand der hochwertigen Schrauben jetzt alles noch etwas zurecht ziehen. Jetzt ist das Cinema Mount einsatzbereit. Es liegt wirklich sehr gut in der Hand und mit knapp 300 Gramm ist es nicht mal besonders schwer. Im Lieferumfang sind wie bereits erwähnt ein Weitwinkel und ein Makroobjektiv. Schauen wir uns zuerst mal das Weitwinkelobjektiv an. Der Unterschied zu meinem normalen iPhone Bildausschnitt ist auf jeden Fall schon mal der größte Vorteil dieser Linse. Die Schärfe des Bildes reißt zwar in den Ecken ein bisschen aus, aber das kann man auch bei teuren Kameralinsen manchmal feststellen. Bei Farbe und Kontraste Linse kann ich jetzt nicht allzu viel Veränderung feststellen. Etwas an Farbe verliert es, aber das ist okay. Kommen wir zur Makrolinse. Dafür muss man einfach nur das Weitwinkel abschrauben. Ich würde sagen, man kann Objekte jetzt 2-3 mal näher ablichten als mit der Standardkamera. Die Schärfe sitzt hier perfekt in der Mitte und dem gewünschten Objekt. Besonders schön und ausgefallen wird vor allem das Bokeh und die Unschärfe. Von der Makrolinse bin ich mindestens so begeistert wie vom Weitwinkeln. Anfangs dachte ich es wäre unscharf, da ich nicht nah genug an meine Objekte herangegangen bin. Es ist verrückt, was mit der Makrolinse möglich ist. Den Filterhalter schraubt man einfach vorne auf die Linse und hat dann die Möglichkeit die beiden Verlaufsfilter zu verwenden. Die Idee ist gut, allerdings fehlt mir irgendwie ein richtiger ND-Filter. Da gibt es aber demnächst bestimmt wieder eine bessere Lösung oder man weicht auf andere ND-Filter aus. Mein Fazit? Der Cinema Mount ist eine tolle Erweiterung für jeden, der aus seiner Handykamera ein bisschen mehr rausholen möchte. Die Verarbeitung und vor allem Optik sind hervorragend und machen wirklich was her. Qualität der Bilder und Fotos steht natürlich dank der Smartphone-Kameras teuren Linsen wirklich nichts mehr nach. Die Links zum Cinema Mount findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ciao und bis zum nächsten Mal.